Hallo und herzlich willkommen zurück bei MyTime at Portia. So, ich probiere jetzt noch schnell, ganz schnell zu Antoine zu kommen, um ihm den Auftrag abzugeben, die... Da! Ach ne, Albert ist es! Hey! Nein, nein, nein! Ksch, weg! Pui! Lass mich in Ruhe! Hallo! Nein, ksch, weg mit dir! Ich will Albert! Ich bin hier. Sehr gut. Bitte, gerne. So, 4000 XP und einiges an Ruf und ja, ich bin glücklich. Das wäre jetzt der erste Auftrag für die Brücke und guck mal, guck mal. Hallo, da kannst du jetzt hingehen, hierher, komm hierher und da kannst du dir die Meeresfrüchte bestellen, du Affe. So, ja, wollte ich nur so sagen. Nein, wir haben jetzt den Auftrag abgegeben mit den Seilen. Ähm, arm, 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 hier. Nee, nicht Charakter. Ah, ich habe ja wieder ein Pünktchen. Äh, Elektriker-Experte, Schaden von... Boah, ach so, habe ich ja erst gelesen, ne? Gib mir, gib mir Schaden. Hm, jawoll. So, ähm, ich will Missionen. Ich habe keine. Wut? Ich habe jetzt keine Missionen mehr? Oh nein, geht gar nicht. Ähm, ja. Wir haben jetzt auf jeden Fall einen Teil von dem Brückenauftrag fertig. Und, ähm, ja, ich werde 20 Uhr. Nee, da ist schon zu. Hm, hi, Isaac. Ähm, wir können am Morgen gehen und dann gucke ich mal, was wir dann annehmen. Ich hoffe, Helgen Higgins hat nicht alles weggenommen. Es wäre schade, es wäre traurig. Ich lege mich jetzt hin und weine. Nein. Irgendwann in fünf Jahren oder so sind wir vielleicht auf Platz 1. Und Higgins ist dann vielleicht unser Freund. Eine Stunde bis Schneeballschlacht. Was? Es gibt eine Schneeballschlacht? Ich muss doch bauen und ich muss doch, ich muss doch... Naja, momentan hätte ich nichts zu tun. Streng. Gib mir, gib mir, gib mir. So, eine Stunde bis Schneeballschlacht. Was zum Geier? Schneeballschlacht. Äh, okay. 8 bis 15 Uhr. Ich will aber den Auftrag mitnehmen. Und vor allen Dingen, wo ist die Schneeballschlacht dann? Ich weiß es nicht. Ich will erst einen Auftrag. Oder kriege ich keinen? Es ist Freitag. Oh, da muss ich sowieso heute noch einen Auftrag annehmen. Lass mich rein. Ich weiß auch gar nicht, wo das dann sein soll. Hier wahrscheinlich. Okay. Ähm. Ich will Schneeballschlacht machen, auf jeden Fall. Aber ich will auch gucken, ob ich einen Auftrag kriege. Weil Freitag ist noch nicht Wochenende streng genommen, oder? Handelsgelder. Lass mich rein. Lass mich rein. Lass mich rein. Schneeballschlacht. Ich weiß. Beginnt. Oh doch, wir haben noch. Komm, wir haben noch Glück. Stallrahmen. Ich will keinen Stallrahmen. Brückenrahmen. Brücken. Lampen. Oh. Wir haben nichts mehr Schönes, ne? Verdammt. Ach, ein Stallrahmen. Ich mach die Stallrahmen. Gott, 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 Gott. So, dann gehen wir jetzt. Ja. Der Auftrag ist nicht, nicht schön. Nicht schön. Ich geh jetzt, äh, Schneeballschlacht. Wo? Weil ich auch will. Ich hab extra meine Hose angezogen. Ich hab, ich könnte auch im Röckchen kommen. Aber ich glaub, Hose ist besser für Schneeballschlacht. Und die, die, die sind irgendwie alle hier. Deswegen geh ich davon aus, dass da, 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 da. Schneeballschlacht. Hm. Wie macht man das? Oh. Oh. Das, hm. Okay. Wie macht man das? Ich muss erst mal wieder gucken hier, ne? Okay. Ich will, ich will mitmachen. Pauli. Darf ich mitmachen? Hey, du. Ich, ich will auch mitmachen. Wie geht das? Ähm. Die Teilnehmer mit. Was? Red doch nicht so schnell. Ah. Hier. Ja. Ich will Schneeballschlacht machen. Ah, guck mal. Ah. Ich will auch. Wie? Wie? Muss ich einfach mir nur irgendwie... Ah. Schneeballschlacht. Ah, okay. Erhalte Punkte für jeden Schneeball, der jemanden trifft. Masses leichte Beute. Zeit, ihn mit einem Schneeball zu bewerfen. Die Flugbahn und das Schneeball. Ähm. 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 Letzte 15 Stamina. Okay. Schneebälle übrig. Okay. Äh. Da ist ja gar keiner. Die machen gar nicht mit, ne? Die machen gar nicht mit. Ah, 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 ah. Nicht abbrechen. Nicht abbrechen. Hier. Ah, ich verstehe es. Ah, ich habe ihn getroffen. Ich habe... Nein. Ich verstehe es aber. Ich... Ich verstehe das Grundprinzip. Ich brauche nur jemanden, der rausguckt. Voll ins Gesicht. Hahaha. Oh, nicht... Nicht getroffen. Ah. Ihr seid aber... Hey, du. Hahaha. Ich finde es lustig. Auch wenn ich niemanden treffe. Da. Ja. Getroffen. Pauli. Komm doch mal raus. Petra. Du hast was im Gesicht. Das war zu niedrig. Da. Ich sollte... Jawohl. Da. Nein. Oh, ruf so. Ich sollte nicht zweimal schießen, ne? So. Wo, wo, wo? Da. Bäm. Ins Gesicht. Na, du? Ich treffe sie nicht. Ich treffe sie nicht. Wie, wie cool. Ich finde es gerade cool. Petra. Hahaha. Entschuldigung. Und der Kackehaufen hier an der Seite, ne? Ich finde es lustig. Hahaha. Ah, Pauli. Zack. Ins Gesicht. Pussau. Ah, Beziehung. 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 Trefferrate. 40%. Volle Punktzahl wären 100. Oder so. Okay. Ich will nochmal. Ist schon wieder Ende? Viel Glück, Leute. Ich will nochmal. Auch will. Ich will nochmal. So. Und diesmal... Bisschen besser zielen. Ja, sag ich. Und... Mach dann irgendwie nur Käse, ne? Nora. Bleib doch oben, bitte. Phyllis. Phyllis. Haha. Petra. Doch. Ich hab's noch. Antoine. Jawohl. Wer guckt denn da raus? McDonald's? Aha. Das ist... Das ist echt fies. Das ist echt fies. Phyllis. Oh, schade. Nicht geschafft. Doch, den hab ich erwischt. Remington, wenn du so aus dem Ding rausguckst... Phyllis hätte ich vielleicht gekriegt. Das ist halt auch so eine gewisse... Oh, ich... Ich treff nicht, ne? Da. Doch, hab ich getroffen. Zack. Daneben. Zack. Da. Nein, Petra. Wieso tuckst du dich jetzt? Fast. Oh, fast. Fast. Schlechter wie vorher. Oh, wie cool. Nochmal. 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 Entschuldigung. Ich will. Ich will. Ich will. Da ins Gesicht. Und da. Dr. Xoo. Oh, schade. Der war so schön, ne? Zack. Jetzt aber. Schön da... Ja, so es bleibt Remington. Guck mal raus. Sei Lui war oder wie er heißt. Ich weiß grad seinen Namen nicht. Ah, komm doch mal raus. Komm doch mal raus. Zeig mir dein Gesicht. Jawohl. Zack ins Gesicht. Ah, herrlich, herrlich. Ah, Petra. Petra, komm doch mal raus. Ich seh dich, Dr. Xoo. Ich warte auf Petra. So. Zack ins Gesicht. So. Die probier mal. Jawohl. Dr. Xoo kommt jetzt erst oben raus, oder? Dr. Xoo. Bam. Ich find das so schön. Ich find das so schön. Ne, die verschwinden hier gleich wieder. Remington. Ich hab ihn erwischt. Ich hab ihn erwischt. Bisschen, bisschen mehr. Na, bisschen ruhiger. Ich glaub, das geht nicht auf Zeit. Na, Petra? Traust du dich nochmal? Dr. Xoo. Jawohl. Petra jetzt hier an der Seite? Vielleicht? Komm raus. Petra. Komm. Zeig deine Nase. Nicht auf der Seite. Auf der anderen. Komm. Remington. Der ist groß. Den trifft mal. Dr. Xoo vielleicht wieder? Hier oben? Oder unten? Unten. Jawohl. Ich hab ihn erwischt. So, wer noch? Hier. Du möchtest. Ja, bitteschön. Petra? Hier. Du auch? Zack. Jawohl. Ach, die hinteren geben natürlich mehr, ne? Dann. Ja, ja, ja. So. Vielleicht. Ja, auf den Kopf drauf. Jawohl. Remington. Du bist... 216 Punkte. Und guck mal, wie viel Ruf. Da kann man echt mal Ruf sammeln bei Leuten, die man sonst nicht hat. Oh, wie schön. Schon wieder Ende. Oh. Oh, guck mal. Teilnehmer. Chivella Platz 1. Yes. Ah, Django. Emily. Sehr schön. Wir haben Schneeballabzeichen. Roter Tee. Speck. Oh, ernsthaft. Wieso kriege ich die jetzt geschenkt, wenn... Naja, egal. Ähm, cool. Cool, 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 cool. Das macht ja richtig Spaß. So, den nehme ich jetzt mit. Der hat irgendwie ein bisschen genervt gerade die ganze Zeit. Ah, wie cool. Jetzt guck mal gerade mal, was man so kaufen könnte. Ähm, wie viele Abzeichen? 25 habe ich. Das heißt, wir könnten jetzt hier Schneemänner kaufen. Oh, guck mal. Obwohl nur 80, 30. Mit Bommelmütze und... Wow. Ein Röckchen. Okay. Äh, das da kostet Money, ne? Können wir das dann irgendwie... Zimmerdekoration verwendet? Kann man das kaufen? Ich kaufe da einfach mal einen. So, was ist das da? Glück kann an die Wand gekleistet werden. Ja, gut. Ich hab aber... Ich würde mir gerne... Der sieht lustig aus mit dem Zahn. Ich kaufe mir einen. Das ist so ein bisschen mal was eingekauft für die Sachen, die man hier kriegt. Und morgen gibt's das nochmal. Das war jetzt echt cool. Hey, Higgins! Ah, das ist nicht Higgins, das Halbert. Okay. Der darf... Ich dachte grad, die rennen da in mein Häuschen rein. Ah, wie schön. Das war echt lustig jetzt. Das war jetzt richtig lustig. Das hat mir gefallen. Also, wir haben aber einen Auftrag angenommen. Einen ziemlich blöden Auftrag, wenn ihr mich fragt. Und zwar brauchen wir fünf. Das heißt, wir brauchen danach noch mehr. Fünfmal und danach nochmal drei. Okay. Das heißt, hier einfach weitermachen. Holzkohle. Und auf der anderen Seite auftanken. Fertigen. Bestätigen. So, und auf der Seite eben auch. Auftanken. Holzkohle. So. Zack, zack. Ach ja. Muss erst alles laufen, bevor wir schlafen gehen können. Damit wir dann gleich wieder ganz viel haben. Aufladen, aufladen, aufladen. Sehr gut, sehr gut. So ist das schön. Also, gib mir das mal. Wir bauen zwar jetzt grad nix mehr, aber ich dachte mir lieber noch eine herstellen. Warte mal, was brauche ich denn für noch so einen Ofen? Ähm, Montage. Äh, alle Schneider. Ja, nee, noch nicht. Noch nicht. Ich muss erst mal gucken. Feuerbetriebener Generator. Ist der? Macht der dann? Ähm, was macht der? Ähm. Einfacher Ofen muss da rein. Das da, das da, das da. Ähm. Glaub, ich glaube, das würden wir rein theoretisch sogar hinbekommen. Rein theoretisch. Aber da ist es mir dann immer, lohnt sich das? Ja, natürlich lohnt sich's, aber... Ah, es ist halt wahnsinnig viel Zeug, was ich dafür brauche. Zehn Stahlplatten und so, ne? Okay, wisst du was? Wir machen jetzt nochmal einen einfachen Ofen. Nee, warte, nee. Einen industriellen Ofen. Glaub ich, machen wir. Der muss dann den anderen einfachen Ofen ersetzen. Dann können wir der, der jetzt grad arbeitet, in den Generator reinpacken. Hoffe ich, denke ich, glaube ich. Genau. Bauen. So. Wir brauchen Industriekern. Bauen Stahlplatte fünfmal und Marmordiele fünfmal. Okay, Sekunde, Marmordiele, Baustoffe, Baustoffe, Marmordiele. Den kriegen wir hin. So. Das ist erstmal raus hier. Dann brauchen wir Stahlplatte, hieß es. Und den Rest weiß ich nicht mehr. Ah, Marmordiele, Stahlplatte, Industriekern. Das war das rosane Ding. Das hatten wir, haben wir nicht mehr. Okay. Dann gucken wir mal, was mich das kostet. Industriekern. Ja gut, zwei brauchen wir. Blutsteine, Stein, Harz. Das ist genehmigt. Das ist in Ordnung. So, das heißt, einmal, zweimal, dreimal. Fertig. Ach, Gott sei Dank. So, den stellen wir jetzt hier hin. So, dann können wir hier schön so außen rumlaufen. Jawohl. Dann mach du mal ganz viel Holzkohle. Benzin aufgebraucht. Ich weiß. Holzkohle. Damit wir genug Karbonstahl machen können. So, und, ähm, genau. Dann wird der nämlich abgebaut und in das andere Ding hier reingebaut. Da brauchten wir aber einiges an Stahlplatten auch. Und Stahlplatten brauchen Carbon-Dinger. Deswegen mach ich das jetzt noch nicht, weil wir natürlich erst den Auftrag machen wollen mit Stahlrahmen. Weil es wäre blöd, wenn ich das jetzt da reinhaue und dann kriege ich meinen Auftrag nicht fertig. So. Nimm die Holzkohle. Die Holzkohle. Und stell wieder zwei mehr her. Genau. Alles muss arbeiten. Genau. Mann, Mann, Mann. Und es wird dunkel. Nein, es ist dunkel. Gut. Dann haben wir wieder ein Öfen mehr. Und dann hauen wir uns hin. Und hoffen, dass danach wieder einiges da ist, damit wir den Auftrag fertig kriegen. Und es ist, glaub ich, wieder, ja, Schneeballschlacht. Da geh ich auf jeden Fall nochmal hin. Das hat richtig Spaß gemacht. Da geh mal auf jeden Fall nochmal hin. Das war so lustig. Weil es gibt halt wirklich für ein, äh, viel Ruf praktisch. Was heißt viel? Zwei, drei Pünktchen Ruf bei Leuten, die man sonst irgendwie nie sieht oder anspricht. Ist halt dann doch ganz, äh, hilfreich. So. Zack. Komm. Wir müssen alles wieder in Auftrag geben. Einmal, zweimal. Bald habe ich kein, kein Dings mehr, ne? Carbon Stahl herstellen. Kein Holz mehr. Wenn das so weitergeht. Komm. Komm. Auftanken. Holzkohle. Ich habe kein Holz mehr. Tatsache. Ich habe kein Holz mehr. Ei, 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 ei. Hm. Kurz gucken. Stahlrahm. Drei Stück. Jawohl. Fertigen. Abgeben. Und bei wem muss ich es abgeben? Der ist natürlich beim Schneeballschlachtwerfen, ne? Und dann gehen wir da hin und dann muss ich ganz viel Holz sacken irgendwie demnächst. Hm, hm, hm. Hm, hm, hm. Wo ist meine Quest? Da ist er. Albert, 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 stopp, warte, bevor du dich hier abschießen lässt. So. Gut. Ruf, jawohl. Sehr gut. Ähm, Wuva. Wuva. Der Kies. Wuva. Da war. Er war. San war. Hm. Aber wie könnte ich mir den merken? Ähm, Kieber war lila? Hm. Wuva. Der war so blau. Himmelblau. Wuva blau. Ich muss mir da noch was überlegen. Na, die ist weg. Pauli. Ich seh deinen Arm. Schade, ich treff ihn nicht. Mist. Zack ins Gesicht. Komm. Na du. Oh, schade. Hussau. Pauli. Ah, Pauli war grad da. Jetzt haut der wieder ab. Ist logisch. Wenn die so ganz kurz rausgucken, da treff ich ja nix. Pauli. Pauli, trau dich. Natürlich auf die andere Seite. Jetzt auf die andere Seite. Pauli, ärgert mich. Pauli. Guck mal. Oh. Sag mal, so schnell kann man gar nicht schießen. Da, 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 da. Das geht gar nicht. Hier, hier. Komm. Komm, trau dich. Guck raus. Ah, Mann. Ihr seid zu schnell. Nein. Nein. Zack. Dr. Zu. Ne? Denk, erwisch mal. Ha. Auch erwischt. Werde ich nicht mehr schaffen. Eigentlich ist hier Pauli, ne? Eigentlich müsste ich den treffen, wenn ich da hinwerfe. Ich seh nämlich seinen Arm. Ach, das ist ein Kackerhaufen da hinten. Ich dachte grad, das sind Haare. Ja, komm her. Oh nein. So, hast du davon. Was ist los doch dazu? Schade. Nicht wirklich. Aber guck mal hier. Bye Bye Lucy 4. Ich finde das eigentlich ganz cool. So, nochmal. 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 Nora. Higgins. Ha. Ins Gesicht. Presley. Remington. Oh nein. Ich hab's noch erwischt. Alice. Nee. Ja, ich schieße jetzt grad. Wie so eine Bekloppte halt, ne? Nein. Zu, 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 zu hektisch. Zu hektisch. Higgins. Zack. Wieder ins Gesicht. Jawohl. Martha. Nora, bleib. Dankeschön. Alice, bleib bitte. Bleib. Nein. Ich hab verfehlt. Higgins kommt gleich wieder. Dann kriegt er wieder Schnee ins Gesicht. Siegins. 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 Komm. Oh nein. Nein. Schade. So. Oh. Treffer. May hat sich geändert. Was? May wurde meine Kollegin? Ach, wie cool. Wie cool. Ich würd gern nochmal. Aber irgendwie, ne? Einmal noch. Komm. Dann ist es, glaub ich, eh wieder vorbei. Ah. Haha. Remington, hab dich erwischt. Albert. Wo war? Mars. Ha, Mars hab ich noch erwischt. Guck mal, Tobi. Haha. Ja. Nein. Oh. Der. Ja, Russo geht jetzt auch weg. Da hinten. Sanva. Oh, das war nicht gut. Den hab ich noch erwischt. Remington. Sanva. Sanva. Komm raus. Ich schieße auch nicht auf dich. Ich schieße auf deinen Bruder. Und ich hab ihn getroffen. Tobi. Ah, ich treff nicht. Ha. Erwischt. Mars. Nein, nicht. Aber den da. Jawohl. Remington. Den trifft man halt immer gut, ne? Irgendwie. So. Jawohl. Ach, wie schön. Beendet's. Ah, ich bin nur Dritter geworden. Remington und Jango haben gewonnen. Aber immerhin ein bisschen was, ne? Cool. Cool, cool, cool. So. So war das doch ganz schön. Wie viele haben wir dann jetzt? Was könnten wir uns leisten? 40? Hm? Wartet mal. Hm. 40. Aber es ist halt schlechter wie mein Anziehzeug, ne? Obwohl es irgendwie lustig aussieht. Oder wir kaufen uns für da. Wir kaufen uns das da. Tada. Jetzt können wir unser Ding schmücken. Genau. Ach ja. Jetzt haben wir ein Weihnachtsbäumchen. Wieso kann ich das auch in den Garten stellen? Oder sind die dann kaputt oder weg oder so? Ich hoffe ja nicht. Ich ärgere das immer noch so mit der Lampe damals, ne? Das war so traurig. Wo die Lampe weggeflogen ist. So. Ah, ich finde den so cool. Vor allem mit dem Zahn. Ich finde das so cool. So, können wir den jetzt hier herstellen? Bitte. So vor das Häuschen. Ja, aber ich hätte den gern. Jawohl. Und bitte nicht abhauen. Niemals abhauen darfst du. Ich glaube, das muss ich drinnen hinstellen. Und das können wir hier draußen hinstellen. Ja, wir können Weihnachten feiern. Wenn es so weit ist. So, jetzt schauen wir noch schnell, ob wir den Kranz hier auch hinhängen können. Boah, der ist riesig. Der ist riesig. Was, was, was macht denn der hier? Oh ja. Zack. Jetzt haben wir Weihnachtsdeko hier im Haus. Wie cool. Sehr schön. Sehr schön. So. Dann gucken wir mal kurz. Der leuchtet auch ein bisschen. Oh, schön. Ähm, genau. Die Quests haben wir abgegeben. Ach ja, 18 Uhr. Mist, schaffe ich nicht mehr, ne? Ah, ich wollte doch ins... Ich habe zu lange Schneeballgeschlacht gespielt. Oder war das einen Ticken länger auf? Ich weiß es nicht mehr. Bis zu 20 Uhr oder so? Ich weiß es nicht. Ich komme noch rein. Jawohl. Aufträge gibt es nicht, aber such den Fehler. Oh, nein, 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 nein. Meins, 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 meins. Ah, nehm. Entschuldigung. Ah, ich habe noch was angenommen. Ah, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ah. Ich weiß zwar nicht, was es ist. Ich werde es bereuen, dass ich es angenommen habe. Aber ja. Portia Brücke. Wir brauchen Brückenlampe. Ach so. Äh, gibt auf jeden Fall gut, ne? Ruf und Dings und Dongs und so. So. Brückenlampe. Und schauen wir mal noch ganz kurz, was, äh, was ich brauche für die Brückenlampe. Und dann gucken wir mal, ob man, ja, gleich weinen oder erst später. Brückenlampe. Äh, Zinnlegierung und gehärtetes Glas. Einfacher Ofen. Gehärtetes Glas. Äh, gehärtetes Glas. Vier Stück, weil, oh mein Gott. Dafür brauche ich normales Glas und dann, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Fertigen. Ja. Mach du mal. Egal. Mach alles. Mach alles. Wir haben genug. Ach ja, ich habe ja kein Holz mehr. Na, la, 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 la. Ich brauche kurz ein bisschen Holz. So. Machen wir den Baum noch kaputt. Kurz mal auftanken. So. Da ist das ganze Holz weggegangen. Einfach so. Ich weiß nicht, wohin. Müssen auf jeden Fall mal wieder alle, alle Bäume und so umklatschen. So. Den noch und die kleinen hier noch schnell. Nur damit wir vielleicht auftanken können für die Nacht. Mach das Ding doch kaputt. Einmal. Zweimal. So. Okay, du brauchst noch auftanken. Ja. Okay. Okay. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Kriegen wir schon alles irgendwie hin. Genau. Hm. Was war es noch? Gehärtetes Glas und Zinnlegierung. Okay. Dann mach du das da. Hm, 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 hm. Wo haben wir es? Da. Zinnlegierung. Fertigen. 25 Stück. Auftanken. Jawohl. Gut, 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 gut. Dann würde ich sagen, ich hau mich hin. Wir haben auf jeden Fall viel Schneebälle verteilt. Und dann sag ich schon mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.